Oh Gott, Leute, das ist ziemlich krass gerade hier. So, einmal kurz das Spiel ein bisschen ausruhen lassen, weil das gerade ziemlich... Oh, einmal kurz strecken hier. So. Sieht natürlich auch wieder sehr, sehr schön hier alles aus. Oh, der ist so am Haken. Hört ihr auch die größten Schritte? Oh mein Gott. Ach, du Scheiße. Acht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Los, hör auf jetzt zu Haken. Oh. Anschütter hat er die nicht richtig geworfen. Oh, das kannst du am Haken. Leute, ich glaube, ich starte das Spiel nochmal neu. Wir haben ja da abgespeichert an diesen einen Punkt. Okay, bis nachher, Leute. So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Oh, ich glaube, das hackt insgesamt so krass, weil... Na ja, mehr kann ich ja auch nicht machen, ne? Na ja, mehr kann ich ja auch nicht machen, ne? So, ha. So einen habe ich noch und dann mal kurz die Energie aufladen ok ok jetzt kann ich ihn nur noch damit platt machen shit WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR verreckt doch jetzt endlich wir haben ihn bezwungen wir haben es endlich geschafft den in die knie zu zwingen es hat auch ziemlich viel alles gekostet war schon ziemlich krass ihr seid doch auf meiner seite oder ich hab's keinen bock euch platt zu machen warum komme ich nicht weiter oh ich muss hier durchlaufen was willst du? sind sie der Typ von dem Chino geredet hat? keine ahnung aber ich habe seit was noch nie gesehen wir könnten sie jetzt in der Central Station laufen nee lass mal oh nein wenn ich das nur schön höre das Geräusch ja ich glaube das wird uns nicht so gut gelingen so Alcatraz da bin ich und da muss ich hin du hast meistens eine Stunde um dich zurück zu machen nachdem du gehst nach Hause die Geschwindigkeit ist von der essence gentlemen wir sind die Stadt weg hm ok also ich würde sagen die sollten die ganzen Monster sind ja in der Stadt da drin ne oder ist die überall naja wenn sie nur in dieser Stadt sind sollten alle da weg und dann fliegen die einfach mal kurz da drüber und lassen so eine kleine Atombombe fallen da macht's bumm und dann sind die weg bisch von der Tisch oder von der Fenster oh Gott ich bin müde ja oh das ist schön so bei Nacht am hoch ok ok oh 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 So, okay. Okay, wo muss ich hin? Okay, ich muss da rein anscheinend. So, aber nochmal einen kleinen Blick hier. Oh, das sieht so schön aus. Ich finde das einfach... Nicht hier, weil jetzt alles abgebrannt ist. Ich meine so diese Farben, dieser Kontrast. Den mache ich unheimlich. Ja. Bäm, weggetreten. Nein. Soll ich schon wieder gegen so ein Riesendingen da kämpfen? Leute, bitte. Bitte doch auf damit. Oh, eine Granate. Wer hat die Granate geworfen? Das wird hier immer krasser, das Game. Okay, komm. Jetzt machen wir mal so einen kleinen Quick-Tötschuh. Einen kleinen Quick-Kill. Wo muss ich denn hin, Leute? Oh, komm schon. Ich glaube, ich schaff das. Nee. Okay. Okay. Das war's. So, okay, wir müssen weiter Da hinten müssen wir jetzt hin So, renn kann ich jetzt erstmal nicht Aua Aua